hallo nes freunde und nes freundinnen ich zocke alle nes games und heute ist dran dark tales und ich freue mich schon den ganzen tag drauf muss ich sagen weil ich weiß heute abend gibt's dark tales im modul schacht ja schauen wir uns mal das cover hier an was sagt uns das cover ja super fancy gemacht vom capcom auf der rückseite ist noch ein bisschen capcom werbung und ansonsten ja schauen wir mal rein hätte ich gesagt weg mit dem cover rein das spiel ich bin echt mega gespannt ich habe nämlich nur das remake gespielt bisher auf der wu habe ich das remake gespielt ich habe das original leider nie gespielt zumindest nicht am ende es ich kenne allerdings sehr wohl das geben am gameboy wobei es ist im gameboy doch doch anders so da mache ich das mit stockhüpfen nach unten drücken ok das hätte ich weiß nicht so gescheit diamanten eingesammelt sehr gut immer schön geld sammeln da freut sich der dagobert das ist doch du ente hüpf doch du ente statt hüpf doch der affe gefällt mir schön wenn mir meine eigene scherze gefallen oder weiter geht's aber wie war das naja so darauf da war gleich ein geheim war ja es ist schon sehr ähnlich wie im gameboy aber doch nicht das gleiche und ich muss sagen auch am gewiss ist so lange her dass ich mich eigentlich quasi nicht mehr erinnern kann das war da schmine und so geht es nicht so kann ich so weit hüpfen ich dachte ich kann entsprung ok war meint die startung ist wirklich gewöhnlich bedürftig das mit dem mit dem stock dass man nach unten drücken muss bisschen was ist mal wir hier und sollte jetzt einfach mal weitergehen ich weiß nicht nein nicht die pflanze und die blöde biene war ich schon gar nicht konnte man in irgendeinen drauf jawohl wusste ich doch wie im gegenwälder kann man auch bei einem raf ein bisschen diamanten zum mitnehmen gut weiter geht's weg es ist schwer es ist nicht leicht ich kann mich erinnern ich habe damals über echt lang gebraucht bis ich einmal durch gespielt habe aber es war mit abstand einer meiner lieben gameball spiele schade dass ich es nicht am nrs hatte aber wofür eigentlich auch wenn man zum gameball hatte ist es ja schon sehr ähnlich ich dann noch was ja so da kann ich rüber wenn ich das so macht da geht es dann aus da muss ich schauen dass ich dann nicht ja genau so so geht es ein extra leben ein kuchen also so braucht nein komm da gewährt kommen schon das hätte ich mir sparen können das war nämlich nur die abkürzung jetzt sozusagen ok leben geholt und mehr leben versorgen sich geholt habe noch mal wie eine winne 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 und hoff sicher dass das noch was gab man nicht mehr gedacht wird gibt es noch mehr war da gobierst was machst du denn es ist auch eigentlich so liebgepixelt ich mag das total darüber kommen so geht es genau da gibt es ein wieso hat mich die geschnappt blödes die angst ja ich weiß das war damals auch schon so schwer hier da kommt der quack bitte einmal mitnehmen die bienen könnten sich sparen kann die nerven einfach zu sehr wieso hilfst du denn nicht mit dem stock du ente jetzt bin ich schon wieder am anfang okay ich versuche es noch mal ich müsste vielleicht leute oder ich bin mir eigentlich aber vielleicht eingestellt und nein was für eine niederlage als schwarz ich dir mal ein bisschen durch hier also nicht so geschaut weiter geht's nein so da irgendwas zum holen ja glaube ich da nicht die torte habe ich nicht oder das war ich noch machen da kann ich da mit dem tuch dann dachte man kann es abschließen da ist die torte okay wusste da ist irgendwo was zum essen versteckt okay die schatzt und die man geholt hat ist nicht mehr da aber das hilft auch du nicht hier wieder blödenbiene komisch im anderen und wir fressen pflanze nein das sollen das sind wirklich eine freche die bienen ja ich habe mich doch nicht mehr drüber schon nicht mehr das geht da muss ich dann schnell sein weil die brücke bricht zusammen mist ganz vorne an das ist so ultra mies ok trotz aller liebe zu den geben ich weiß was zum leichter wahrscheinlich nicht aber ich habe es einfach wahrscheinlich 15 jahren nicht gespielt oder so ja da war es hüpfen sie mit nicht nach unten drücken total nicht intuitiv nicht ich dachte es schlecht steht heute wieder da h haben schon wieder nur ein leben es ist echt bitter wie soll ich denn dieser blöden pin ausweichen spiele ich auf mit das leiten nicht ermitteln ich will das nicht glauben ich glaube ich spiele mittel ich bin ich glaube es ist echt so schwer ist jetzt darüber einfach jawohl ich habe es geschafft ich habe jetzt gegeben auf der seite von ihm krieg jetzt irgendwas oder da konnte er mehr herz angeben konnte man gleich in die mehr herzen bekommen insgesamt oder so irgendwie wie komme ich darüber es ging irgendwie ja so ging es ja hermit was kann ich als kleider der bringt wieder zurück ja ich möchte natürlich nicht zurück möchte weiter spielen kann zurück zum hauptmenü wieder so war das irgendwie man konnte sich zurück von warum auch immer zurück zum hauptmenü bringen lassen da hat die tomaten konnte ich mich nicht mehr oder ich sag so warte es ist wahrscheinlich in den stein also okay ob es das normal gespielt ja schwerer als gedacht ich mache noch ein anderes fand sie waren komm schon mal schauen ob das auch so ähnlich ist wie im game wird kann man den darunter machen ah ok ich dachte ja ich wusste nicht dass mich der killt der kopf ah da ist unsere freundin da da muss ich muss ich darauf wenn ich irgendwo hinbeam oder nicht da war doch irgendwas mit dem spiel und beamen da unterlege ich wohl einem na also das scheint ich bin mein dieses level war und gehen bei anders ganz anders ein bisschen verwirrend das zu spielen wenn man so ein ganz ähnliches spiel gespielt hat aber das sind doch irgendwie anders war da muss ich warten und dann den hier machen ah geist und geist das ist gleich nicht gut jawohl gibt es ein bisschen geld das ist auch gut den auch gleich platt machen alles blut machen ah nein ist so das das andere level bilde ich mir ein ist wesentlich ähnlicher der game version als als dieses hier tschüss wiedersehen ok da kann ich jetzt beamen irgendwo hin ich wusste man konnte sich irgendwie beamen ich bin runter gefallen ok daran konnte ich mich nicht mehr erinnern ich habe es in der tat einfach in erinnerung gehabt das ist lecker alles so ging das ok da komme ich nicht drauf da hätte dachte das muss gehen ja wie das ging mit dieser loire zum fahren das ist noch geheim kam aus heute ich habe es echt nicht gewusst ich mache ich mit dem blöden geist immer er will ich jetzt erleben als vorher ein geist schon wieder jetzt geht es da drin vielleicht auch noch mal weiter kommt schon da gewährt ja wir sein können aber schön sie ihren geheimen entdeckt habe das freut mich natürlich kann man ich versuche es noch mal mit der loire ich komme ich da raus später erst raushilfen ok ist so geht es wahrscheinlich gar nicht ich habe auch gedrückt okay noch mal weiter geht die minen hat das alles mit diesen super schwierigen sprüngen himalaya ja super grafik war ein spiel unglaublich ich finde diese grafisch eines der besten nes games das ist das champion als betrifft echt abartig gut ich bin gespannt auf den zweiten teil im zweiten teil kenne ich gar nicht weil die ersten teil kenne ich ja wenigstens noch mehr oder weniger von gegen bei allen zweiten kenne ich gar nicht habe ich weiß nicht mehr wo ich da rein musste und okay zum glück darüber gedrückt kann schon blöde spinne schlecht schlecht kommt aber diese hat und ein schnee laufen mit dem mit den öhrchen das ist doch einfach zu cool war 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 nicht geschafft einmal erst bitte weiterlaufen weiterlaufen so ist da dran da gab es auch irgendwo in die uhr wo es geht denn hier wieder in geheimgang sie haben ja geheimgänge als normale uhr schon wieder was ist denn hier los ich fliegt man da und fragt mich zurück will nein ich will weiterspielen möchte nicht zurück schauen wir da runter mal da geht es nicht weiter haben sie es blöcke es ist wirklich sehr hohes niveau hier ich meine das kommt ja in der grafiker durch mario bros 3 ich sagen ich muss zugeben ich wusste nicht dass es so gut ist wenn es wahnsinn leute das macht heute so 11 genauso spaß wie damals das geben sage ich mal ganz und abgesehen ist es halt wirklich grauten schwer ist aha was bringst du mehr freund ich muss jemandem eis helfen ich kann mich da war gern zu was erinnern wo ich darauf habe ich den stockerl aha wer ist er ihm muss ich helfen dass das da auf die seite dann und dann darauf und es war sich jetzt zeigte mir einen geheimen schatz sehr gut und was ist er dran a ende extra leben jawohl das ist natürlich fein wie alle wissen mehr leben sind immer besser aber wie komme ich da jetzt rüber das weiß ich jetzt natürlich nicht geht sich das aus ja es geht sich aus knapp wie knapp wurst aber es geht so da wird ein langes letzt wie heute bin schon bei 21 minuten weil sage ich habe mich spielt jedes nsg mindestens zehn minuten aber eben mindestens das heißt auch wenn es mal laune macht auch länger so das gefühl dass vielleicht runter kann aber ich weiß es einfach nicht die riskiert es auch nicht die spinne du musst genau dann hüpfen wenn ich da bin egal alles extra leben habe ich behalten aber okay da unten das heißt ich muss da drüben weiter welt unten das extra leben habe ich ja schon geholt und in den den menschen da im eis geholfen dass ich kann jetzt da mich auf die eigentliche mission konzentrieren wo ich die blöde spinne da wieder da ist ja es ist so gut ich habe so das gefühl wie eine runde kracht irgendwas auf mich runter gleich 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 ja und er hilft nicht der blöde enter ich hilft nicht ok ja dann das haben wir noch schauen wir noch in die mine ja ich glaube die mini kann ich eigentlich erst wenn ich dann sie waren geschafft aber das so irgendwie war das oder egal schauen rein also irgendwie war das da konnte man nicht weitergehen zumindest was im game also ja es ist ja auch so braucht den schlüssel aus transylvanien nicht mehr da gut tun wir noch ein bisschen nach den schlüssel ist ein gutes spiel kann man ruhig ein bisschen schlüssel suchen wird sich eigentlich mal anbieten für ein längeres let's play könnte man ruhig mal durch zocken das ist schon seiner fülle band da muss ich alle alle enten befreien oder danke mein onkel du hast mich befreut so einer fehlt noch von den drei rad kann daraus glaube ich nicht die mich gab es ja auch am ganz am anfang wobei es viel hat jetzt eigentlich nicht gar nicht so viel mit dem echten zu tun wenn ich mir das zurecht überleger da gibt es nichts mehr ok die weg du gibst du sollst einfach weg gehen das ist einfach wieso traust du nicht wieso haut er nicht ich drücke doch ich drücke und drücke er haut nicht was ist das was mache ich falsch ich gehe in hand ich glaube ich habe zu früh gedrückt vielleicht ja die steuerung ist eigentlich ist es super präzise aber es ist gewöhnungsbedürftig sagen wir so so habe ich euch jetzt schon befreit fand ja gut richtig macht es nicht jetzt macht es ja ich muss da kommt der geist ausgabe ja das ist zum ersten drei leider nix tschüss sie weg mit dir tschüss wo sind meine enten freunde na da wir drüben ist extra gewesen ja ich fand aktuell ziemlich schwer weiß nicht ich habe ja auch nicht so vorher hätte man vielleicht machen können aber mal ehrlich dafür habe ich auch einfach gar keine zeit weil vor allem jetzt blieben kommt eigentlich nicht in frage sonst komme ich schaffe ich es nie allen erst geben es diese welt zu spielen für dich das ist doch ein schluter schwach wo wir wie geht es aber sagen ja wo ist mein freund der tic wo ist das ertrag nicht jetzt braucht man weiß es nicht ist eigentlich auch wurscht das ist netz das kenne ich glaube ich auch von gehen wir kann das sein dass diese passage auch im gmail gibt ok wie komme ich da erzählen ich komme ich da zurück ich bin wieder da ok da habe ich aber schon alle befreit hier menschen muss ich hier weiter ich mag diese gäste nicht aber hatte wie kann ich einfach nur verlieren gegen den gast kann man irgendwie gewinnen auch ich glaube nicht wenn die fliegen auch so im kursen mega unkontrolliert irgendwie hat das schlüssel vielleicht in irgend so einem grab drinnen also nicht mehr geister die geister geben wir ganz schön auf den geist also da genug der schlechten wortspieler da war ich ja gerade vielleicht unten da komme ich nirgends hin na muss ich ihnen anderen weg nach welchem weg über sehe ich hier nix aha jetzt kann ich mich da biemen ah ja jetzt habe ich den schlüssel den schlüssel für die mine wunderbar zurück zur mine weg mit den schnecken ich habe nach ihm dass bei diesem hier ist abartig oft gestorben werden sprungen und hier haben sie echt sich nichts nichts keine animation gar nichts gegönnt hier dass man hier durch schloss einfach nur durchgehen kann zu den collider einfach nur weg genommen und ende gelände eigentlich ein wunder weil das spiel sonst so aufwendig ist wieder maus weder maus weg mit der fliedermaus ich konnte dass man darauf das raus bekommen hat aber ab und zu war es noch eine piranha pflanze da musst du mal aufpassen zumindest was im gegenüber glaube ich so platte man nicht getroffen genau richtigen moment unbesiegbar ja damit ja mit dem geld da kann ich auch in dem gegenüber war es dann auch zum ende so dass man je nachdem viel geld man eingesammelt hat gab es dann ein ende und zumindest ein gegenball habe ich soweit geschafft dass dann der diamanten raus gesprungen sind zum schluss aha wo das schon wieder ein geheimgang gibt es nur drinnen extra leben sehr gut kann ich gut brauchen danke so was gibt es hier piranha pflanze nein geld ja nochmal geld ein bisschen ok wo geht es hier hin eine abküssen gemacht ja aber war da links nicht noch was ich habe irgendwie das gefühl da hinten links war noch was ja genau so ist es auch das war da noch ein extra leben ja witzig also sicher zehn jahre nicht gespielt und gehen war und hier erinnert man sich plötzlich wieder ein geheimgänger faszinierend oder kreis vielleicht vom remake dass ich mir irgendwas gemerkt habe ich habe keine ahnung ja das ist das blöde timing mit diesen fröschen da unten ich erinnere mich wieder ja das war immer von ganz von vorne anfangen muss ich sie immer super bitter einmal wie ich es noch tschüss schledermaus tschüss schledermaus tschüss schledermaus tschüss schledermaus wo geht es hier hin schnell nochmal ah da werden kuchen gebacken oh ein kuchen kuchen gut hätten wir es auch besprochen mit dem kuchen da gibt es im eislevel gibt es ja auch die die aber wie heißt die friede heißt sie ja glaube ich oder oh nein nein ich blöden man ich komme alles andere ist leicht komm schon daco bärten stock nach unten kommen da ist ja um was drinnen ah ok jetzt mich den anderen weg einfach nur gegangen ich verstehe schon so jetzt muss ich warten bis er einmal raus hüpft und dann rüber so so na jetzt überlege ich gerade wie war das da kommt der raus wenn ich darüber hüpfe dann nicht kommt das ein quacks hier raus ich weiß es nicht mehr ja so ist es ok das war nicht so geschickt und irgendwann musste man einen unbedingt auf den kopf hüpfen sonst ging es nicht was schon hier ich glaube es war hier ja hier war es wahnsinn ich fasse es gerade selber nicht dass ich mich daran erinnere ok ist das jetzt noch mal sein zu sich auf wo ich den quacks im kopf hüpfen muss ich weiß ich nein das war nicht so ein level da hätte ich springen müssen drüber und ich fange wieder ganz von vorne an leute das kann ich da ernst an so war das halt früher ja ich weiß so war das früher gut 36 minuten ist ich schon fast rekord lassen wir das was für ein herrliche spiele hatte da kommen wir fast schon drehen ja gut lassen wir es gut sein ist ein hammer spiel weiß dass es irgendjemand noch nicht kennen sollte also ich habe sie gehen bei version gekannt aber die nes version ist grafisch echt noch mal geiler dafür das sagen die grafik ist gelben es egal ich sage das einfach richtig geile grafik am ende ist leute tag des zieht euch das rein absoluter zockbefehl ja wenn ihr mit mir spaß hat daumen hoch da lassen bitte wenn noch mehr sehen wollt ihr könntet da unten im button klicken zum abonnieren dann gibt es jeden tag ein neues sns game in einem postfach und wenn ihr gleich sofort weiter schauen wollt gleich da drüben also bis zum nächsten mal tschau tschau taktils 2 wartet schon auf uns